Yo, was geht ab, bros? There's next in the ultimate party, I made it next! Crazy, mazy, I know it, aber ich find's immer noch geil. So, jetzt sind wir hier wieder bei The Last of Us. So, ihr habt's euch angetan, The Last of Us hier, gut, auf meinem Kanal. Super! Gut, also, in der letzten Folge sind wir auch ein bisschen dumm rumgelaufen, haben ein paar Zombies gesehen, haben dann auch ein bisschen mit Zombies gekämpft, waren, das war auch einmal ziemlich tierisch knapp dann, beim Fight mit den Zombies. Und jetzt müssen wir hier irgendwie einen Ausweg finden von dieser Kruft oder was auch immer das ist. In der letzten Folge am Ende hab ich auch einen Klicker gehört. Wer die Folge verpasst hat, könnt's sehr gerne nachholen. Und ja, gut, ähm, dann werden wir jetzt einfach mal versuchen, jetzt den Ausweg hier zu suchen, bei diesem, ja, tollen Spiel! Und ja, das ist toll! Und wir nehmen jetzt noch diese Wasserflasche hier mit, äh, ne, Medikamente oder was auch immer das ist. Irgendwo muss auch ein Ausweg sein. Okay, das ist zugeschüttet, da können wir nicht lang. Von da sind wir gekommen. Ähm, ne, okay, gut, das wollen wir jetzt nicht machen. Ach komm, machen wir's einfach mal. Aber es ist wenigstens nicht mehr in der Hand. Gut, laufen wir mal da entlang. Aber da sind wir von da gekommen. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Okay, Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Leicht drücken, um dich leichter zu bewegen. Wenn du, wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Okay, gut. Ähm, nehmen wir hier mal die Flasche. Okay, du, gut, das war scheiße jetzt. Nehmen wir einfach mal die Flasche hier mit. Ah, da vorne steht der, der Klicker. Okay, laden wir mal schnell den Revolver nach. Wie viel sind denn das? Einer, zwei, drei. Also anscheinend ein normaler Zombie. Okay, machen wir mal aus, die Taschenlampe. Okay, das war jetzt richtig scheiße. Wir warten jetzt mal am besten, bis dieser scheiß Klicker da vorbeigelaufen ist. Oh, da hinten ist ja noch einer. Also es sind drei Klicker und ein normaler, schätze ich mal. Okay, da läuft der. Wirklich schön aufpassen. Wir könnten jetzt mal richtige Scheiße bauen und einfach mal so extrem krass Party machen jetzt. So wie man es halt eben von mir gewohnt ist. Okay, da sind drei. Da ist ein Zombie, der uns auf jeden Fall sehen kann. Okay, so, lieber Klicker, warte mal. Okay, gut. So, jetzt laufen wir zu dem Zombie dahin und töten den da. Schön leise, dass die anderen Klicker uns nicht hören. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken, als ich da dieses scheiß behinderte Licht gesehen habe, ne? Oh, mies. Mies, mies, mies. Okay, gut, es läuft prima. Sehr gut eigentlich. Wenn wir mal uns an diesen Klicker da ranwagen. noch die Ellie da umschmeißen, ne? Ah, da hinten ist ja noch einer. Das gibt's doch nicht. Sag mal. Ah, nee, das ist aber kein... Ah, das ist aber einer, der uns sehen könnte. Bei den Klickern ist es eigentlich recht gut. Wenn wir den anderen getötet haben, dann können Klicker uns auch nicht mehr sehen, beziehungsweise hören. So, jetzt schleichen wir uns mal ganz langsam an diesen Klicker da ran. Oh, Alter, die mit ihrem scheiß Licht, ey. Okay, gut, ich frag mich. Ah, okay, nee, der guckt uns nicht an. Da können wir wirklich ganz langsam uns schlangen schleichen und ihn schön wirken hier, ne? Genau. Oh, genau, noch einmal hier fett verschlagen hier. Was ist denn das da? Machen wir mal auf. Also, es hat irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Ähm, auf YouTube. Also, ich hab jetzt gerade eben einen getötet. Vielleicht habt ihr das ja gehört. Müssen wir halt eben wirklich noch irgendwie die letzten Klicker hier töten. Wo sind denn die? Da hinten ist einer, das weiß ich. Okay, gut, da ist ein Klicker. Okay, gucken wir mal, wo die ganzen Klicker sind. Ah, nee, das ist kein Klicker. Oh, oh Gott, hab ich mich erschrocken. Alter Mädchen. Ah, nee, doch, das ist ein Klicker. Gut. Also, anscheinend nur noch zwei Klicker, die wir dann töten müssen. Ich hoffe mal, ihr hört mich auch gut, weil ich sitze jetzt nämlich ein wenig anders da vorm Mikrofon. Ja, lauft der, lauft ihm doch durch vor die Füße. Jo, bros. So, jetzt sind wir wieder hier. Und wir haben jetzt ein wenig weniger die Klicker da getötet. Sondern sind einfach nur die durchgegangen, halt eben die getötet, wo halt eben wirklich uns sehen können, wo uns dann wirklich töten könnten. Und da müssen wir halt einfach irgendwie schleichen und müssen wir halt einfach wirklich irgendwie nicht schlagen, sondern einfach uns da lang schleichen, damit wir halt eben da auch ohne Probleme durchkommen. Wäre ja eigentlich kein, ist ja eigentlich gar kein Problem. Die hören uns ja eigentlich nicht. Okay, bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das ein Klicker ist. Ist das ein Klicker? Ja, okay, ist ein Klicker. Okay, gut, da leuchtet es ein bisschen. Ich will diese Scheiße da schmeißen. Warum kann der nicht die Scheiße schmeißen? Nee, okay, das lassen wir lieber. Okay, gut, dafür haben wir jetzt unser letztes Messer verbracht. So, jetzt soll es aber schön leise sein. Bewegt euch nicht, Mann! Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen! Ellie, bleib stehen! Der scheiß Spaß, der läuft direkt auf mich! Oh, nein! Ja, lock doch die ganzen Scheiß-Fiecher zu uns! Jetzt müssen wir wohl wirklich ein wenig warten, bis die ganzen Scheiß-Dinger hier weg sind. So, jetzt beeil dich doch mal! Wir wissen ganz genau, wenn wir die jetzt verschlagen, ist das nicht besonders gut. So, jetzt lauf bitte hin! Lauf bitte einfach hin! Wie sch- Wie kriegen wir denn dieses Schloss hier jetzt auf? Oh, du Scheiß-Fiecher! Das gibt's doch nicht! Ich hab doch gesagt, du sollst dich verpissen! So, weg hier! Schmeißen wir da mal alles hin! Ah, okay! Ich schätze mal, wir müssen jetzt nach da oben! Ah, okay! Gut, ich seh da auch schon... Oh! Hä? Wurde ich das jetzt verstehen? So, jetzt fresse halten, fresse halten, fresse halten, fresse halten, fresse halten! Ah, nein, 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 nein! Prima! Okay, gut, also so jetzt... Ah! Immerhin sind wir jetzt da wieder! Gut, 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 gut! Ähm... Muss ich das jetzt irgendwie verstehen? ... Okay, okay. Ah, okay, gut. Also da dürfen keine von diesen Klickers sein. Ah, sonst hören die ja die Scheiße da, wo wir dann machen. Ah, okay. I understand. Gut, 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 gut. So, dann klettern wir mal nach oben. Hopp. Nach oben. Gut. Was erwartet uns jetzt auf der anderen Seite von diesem Tor? Sind wir jetzt frei? Oder nicht? Das werden wir jetzt herausfinden. Ah, die sind jetzt, ach so, die sind schon unten. Da kann ich ja ewig warten, bis sie mal bekommen. Aber ich muss sagen, die Qualität ist einfach nur irgendwie abendberaubend. Also einfach nur geil. Wirklich, richtig krass geil. Und ich muss noch eins sagen, wie ich mitbekommen habe, hat ein Pro von mir auf Facebook, irgendwie fremde Leute angeschrieben, dass die auf meine Seite gehen sollen und sowas. Und das ist eigentlich nicht wirklich das, was ich will. Ich will nicht, dass irgendwelche Leute sagen, geh auf den Kanal. Und dafür will ich mich jetzt eigentlich erst mal entschuldigen für irgendeinen Pro, der meint, der muss mir ja irgendwie zur Seite stehen, indem er Werbung für meinen Kanal macht. Mal sehen, ob wir was finden. Ich meine, ich finde das ja schon irgendwie süß, ne? Dass da jemand mir helfen will, dass ich, was weiß ich, bekannter werde oder sowas. Aber ganz ehrlich, ich mache das ja nicht, um irgendwie bekannt zu werden. Ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht, mein dummes Gelaber. Und das zu zocken einfach, ist einfach nur richtig geil. Und wenn ich damit irgendwelche Leute, haben da irgendwelche Leute Sex? Oh, krass, Alter. Oh, krass, Alter. Schläge jetzt hier, frischiger, fetter Fight hier. Ellie, bleib bloß draußen, genau. Du darfst die Scheiße hier nicht sehen. Mies. Aber wir müssen anscheinend da rein, um dieses komische Teil hier zu holen, um dann über diesen Truck hier zu steigen. Also wie gesagt, Truck Bros ist, wo wir jetzt das Video anschauen, dieses Let's Play. Wenn irgendjemand euch jetzt darauf hingewiesen hat, dass ihr auf meinen Kanal kommen sollt, sorry, echt. Ähm, ich mache das eigentlich, weil es mir Spaß macht und nicht um bekannt zu werden oder Geld damit zu verdienen. Ich mache es einfach nur just for fun. Und ja. Gut. Aber genug jetzt von mir und diesem scheiß Gelaber. Wir werden jetzt hier weiter The Last of Us spielen. bei diesem wunderschönen Wetter draußen und hier in dem Spiel natürlich auch wunderschön im Wetter. Und laufen wir wieder gerade hier. Gut, ähm, und jetzt müssen wir anscheinend dieses Tor hier aufmachen, weil es hier wieder schon, schon leuchtet. Machen wir das Tor jetzt einfach auf und werden einfach durch dieses Tor, ja, durch dieses Tor laufen und dann sehen, was da hinter diesem Tor sich verbergt. Vielleicht wieder ein paar Zombies, vielleicht ein paar Klicker. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Mach, 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 mach. Nein, 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 nein. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Oh. Du hast ja was am Schuh. Geil, ey. Okay, Bros, ähm, ich würde mal sagen, die Folge wird hier jetzt gleich enden. Gut, aber wir werden es nicht in dieser Folge erfahren, wie wir hier rauskommen, sondern in der nächsten Folge. Alles klar. Haut da rein, bleibt cool. Und wir sehen uns morgen dann in der neuen Folge von The Last of Us. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgestört. Wie bist du da reingekommen? Ich, äh, kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Malin bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich dachte doch, alles wird gut. Okay, es wurde noch ein bisschen gelabert. Das wollte ich jetzt einfach noch in diese Folge mit einpacken. Alles klar, Rose, wir werden bei der nächsten Folge durch diese Tür da laufen und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut da rein. Tschüssi!